Hi, ich bin Dennis und seit sechseinhalb Jahren Mitarbeiter hier in der IT-Abteilung. Davon befand ich mich drei Jahre in der Ausbildung. Im Gesundheitswesen haben wir ein sehr umfassendes Aufgabenfeld, angefangen vom Installieren verschiedener Serversysteme bis hin zur Optimierung klinischer IT-Prozesse. Hast auch du Interesse daran, eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systeminformation zu absolvieren? So melde dich doch gerne bei uns.